Suzuki-Ex-Star-Pilot Alex Rienz reist mit 100 Grand Prix-Starts im Gepäck zum MotoGP-Saison-Finale nach Valencia. Bevor der 21-jährige Spanier 2017 in die Königsklasse des Motorradrennsports aufstieg, eroberte er sich in der MOTO 3 und MOTO 2 Weltmeisterschaft 12 Grand Prix-Siege und insgesamt 40 Podiumsplatzierungen, womit Rienz einer der erfolgreichsten Fahrer der letzten Dekade ist. Sein Debüt in der MOTO 3 Weltmeisterschaft gab Rienz am 5. April 2012 in Doha, Katar, und er beendete seine Rookie-Saison auf dem fünften Gesamtrang. 2013 und 2014 landete er auf dem zweiten und dritten Platz des MOTO 3 Gesamtklassements, was ihm in den Jahren 2015 und 2016 in der MOTO 2 Weltmeisterschaft erneut gelang. 17 Pole-Positions- und 12 schnellste Rennrunden kompletieren seine Statistik. Nachdem Rienz am Beginn der Saison 2017 mit dem Team Suzuki extra in die MOTO wechselte, erreichte er bisher fünf Top-10-Platzierungen. Beim Saisonauftakt in Katar war er als neunter der beste MOTO-Prokey. Sein bestes Resultat erreichte er mit dem fünften Platz beim großen Preis von Japan in MOTO 3. Aufgrund einer komplizierten Handverletzung, die er sich bei einem Sturz zum USA Grand Prix in Austin zuzog, verpasste Rienz insgesamt fünf MOTO-Weltmeisterschaftläufe, was seinen Saisonverlauf massiv beeinflusste. Es war bereits der zweite schwere Rückschlag für Rienz nach seiner Rückenverletzung bei den ersten MOTO-Testfahrten am Ende des Jahres 2016. Untertitelung des ZDF für funk, 2017